Auf jeden Fall... Oh nein... Die Rennen sind mir eindeutig zu schnell. Hä? Achso stimmt, die stehen jetzt sofort wieder auf, wenn man diese Haufen dann nicht verledigt. Komm, komm, komm. So, gut. So richtig schlecht läuft's nicht, aber ich bräuchte echt mehr Herz. Das ist so die kleine Version von diesem einen Boss. Ich hab jetzt den Namen schon wieder vergessen. Ich hab jetzt den Namen schon wieder vergessen. In der anderen Seite. Ich weiß nicht, dieser einen der immer diese Fliegen um sich hat. Gegen den ich auch vorhin schon gekämpft hab. Ich weiß es nicht. Na komm, so. Na komm jetzt. Na, okay. Wir haben zwei Fliegen und dann haben wir den Raum auch. Achso, ja, was ist vielleicht noch da? Weiß nicht, ob ich das schon... Oh nein. Oh nein, ich glaub, das ist schon wieder mein Ende. Also ganz ehrlich. Diese Schädel... Es gibt nichts nervigeres. Na, super. Ähm, was ich vielleicht vergessen hab zu sagen, ist, jeder dieser Räume ist zufallsgeneriert und jedes von diesen... Ähm, na... Also jedes von diesen Stockwacken ist auch zufallsgeneriert, also es wird jedes Mal irgendwie anders sein. Also man kann's... Ja, doch eigentlich unendlich oft durchspielen und man muss nie das gleiche haben, oder irgendeinem vielleicht schon. Aber, ähm... Also okay, das ist ein halbes Herz, aber ich schmeiß bestimmt wieder ein ganzes rein, wenn ich das... Das war so klar. Das können wir auch immer in so blöden Stellen. Na gut. Ich bin schon wieder gegen so einen Mini-Boss-Camp. Oh. Der hat Bomben. Hä? Oh, komm. Ich bin in den gefeiert und stört runter. Also, klar, ne? Was war denn das jetzt? Hallo? Ja, genau, genau. Jetzt führte der mich noch, oder was? Oh man. Ich glaube, ich überlebe es nicht. Stärke, nehme ich. Oh, ja, schön. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen neuen Charakter. Ich brauche jetzt auf jeden Fall HP. Ey, wieso ist das Herz jetzt weg? Ach, zwar nur für den einen Raum. Oh. Oh. Schade. Ich wollte es jetzt eigentlich dauerhaft behalten. Über diese Stacheln werde ich jetzt sicherlich nicht laufen. Und schon wieder überall diese Drecksviecher. Ach. Ach. Ach Gott. Könnte mal weggehen. Acht. Ach. Na gut, einen Schlüssel habe ich noch. Das Buch. Auch der Schatten. Was hatte ich damit nochmal gemacht? Das war doch diese Blase, diese Verteidigung. Na gut, die behalte ich mal. So, den Geheimraum. Ich könnte es jetzt probieren, hier links. Ja, ich probiere es mal hier links. Und ich habe ihn gefunden. Coole Sache. 43, wie viel braucht ich für diesen anderen? Ja, 55, oder? Wenn ich noch ein bisschen überlebe, könnte ich es schaffen. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Ja, irgendwo hier muss jetzt der Boss kommen. Wahrscheinlich ist er jetzt hier in dem nächsten Raum. Oh nein. Hier rechts ist schon wieder so ein Art Casino. Das spielt alle. Oh nein. Nicht diese... Ja, das ist... Also auf jeden Fall den Boss schaue ich nicht mit dem halben Herz. Egal, wer es jetzt wird. Eine Münze muss hier einfach von der Weise kommen. Mach ich doch. Gut, also... Man hat jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Entweder ich gebe ihm jetzt hier eine Münze. Also ich lauf gegen ihn und gebe ihm eine Münze. Und da kann er dann zum Beispiel ein Herz sein. Ich muss aber halt wissen, unter welchem... Also er verschiebt die dann so komisch und dann muss ich wissen, unter welchem es am Ende ist. Ich könnte hier einfach so ganz normal Geld einwerfen. Kriege dann vielleicht eine Münze. Kriege vielleicht eine Bombe. Kriege vielleicht, glaube ich, auch ein Herz. Oder ich kann hier Herz in den Geld machen. Aber da ich nur ein halbes Herz habe, wäre das äußerst dumm. Also komme ich erstmal hier. Und kriege nichts. Ich komme jetzt nochmal. Kriege nichts. Ich komme jetzt nochmal. Und kriege eine Münze. Ich komme jetzt nochmal. Und kriege eine Münze. Ich komme jetzt eine Münze. Komm. Und dann? Ganz schlechte Idee. So. Ich spreng das hier einfach mal in die Luft. Ui. Zwei Herzen. Das ist gut. Da waren doch mehr als zwei Herzen drin, oder? Ich lauf jetzt mal gegen ihn und probier jetzt mal aus. Oder um es auch mal zu zeigen. So. Rechts ist eine Münze. Und wo ist sie jetzt am Ende gelandet? Ich hoffe ja in der Mitte. Es sind immer Fliegen drunter unter den beiden Hausten. Nicht jetzt ein Schlüssel. So schnell habe ich es jetzt auch nicht gesehen. Links? Ach, es war doch klar, dass es falsch ist. Ich probiere es nochmal. Eigentlich ist es voll die Abzocke. Ein Herz. Ich hoffe Mitte. Hui, ein Herz. Na also. Soll ich noch weiterspielen? Ich habe schon wieder voll viel Geld verloren. Ha, eine Bombo und zwei Münzen. Ich glaube ich spreng den Jungen auch noch in die Luft. Tut mir eigentlich leid. Aber... Eine Bombo und ein Schlüssel. Na gut. So. Übrigens hier. Hier oben zum Beispiel. Das ist Super Meatball. Weil es ist meines Wissens nach von den gleichen Machern. Das ist ziemlich sicher Super Meatball. Schaut rein. Ich let's play Super Meatball auch. Nein, ich... Let's competition. Oh Gott, jetzt kommt es auf zwei Seiten. Komm, 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 komm. Oh, doch, doch, doch. Oh, doch. Oh, doch, doch. Oh, doch. Oh, genau. Das habe ich ja noch überhaupt nicht gehabt. Ich habe doch noch überhaupt nicht erzählt. Es gibt hier Pillen. Nur, man weiß leider nie, was so eine Pille ist. Das wechselt jedes Mal. Also, wenn ich jetzt neu anfange, ist eine weiße Pille nicht das, was sie eben war. Also, wenn ich sterbe, neue Spieler fange. Äh, ist sie das nicht mehr. Sie bleibt jetzt aber. Wenn ich jetzt eine weiße Pille gleich wieder aufsammle nochmal, ist auf jeden Fall wieder das. Es gibt gute und es gibt schlechte Sachen. Ich hoffe, es ist was Gutes. Bad Guys. Naja, eher nicht, oder? Ich weiß es nicht. So, okay, gut. Also, das läuft doch eigentlich im Moment ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Boah, und schon wieder ein Herz. Ja, ich glaube in diesem... Oder? Ich könnte mir jetzt hier was kaufen. Aber ich müsste dafür einen Schlüssel hergeben. Wobei es könnte gute Sachen geben. Ich probier's mal. So, also so ein Herz kaufe ich mir. Eine Bonka brauche ich jetzt erstmal nicht. Diese Fledermods. Ich glaube, die kämpft mit mir. Kann das sein? Ich probier's. Nein. Da habe ich das irgendwie verwechseln. Schade. Na gut. Die Bombe brauche ich jetzt nicht. Ich habe noch viel. Auch wenn sie relativ billig war. Aber... Ich glaube, die Preise ändern sich auch immer. Aber hier bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja genau. Es gibt natürlich auch so Pillen, die dann irgendwie für Geschwindigkeit, äh... ... ... Wie sollte sie den Stein nicht hier rüber... Okay. Ich nehme diesen Schlüssel nicht mit. Ja, die ist witzig. Die können nämlich fliegen. Ich leider nicht. Ja, wie soll ich denn da jetzt drankommen? Die kann ich mit Sicherheit nicht wegsprengen, diese Stacheln. Ich hab's noch nie probiert. Okay, egal. Nächste. Oh, ja. Gegen den bin ich bisher immer gestorben. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Diese komischen Dinger hier sind... ...die explodieren dann dauernd. Ich erhebbar los. Aber kein mal aus. ... Oh man, oh man. Oh man, oh... Das sieht nicht gut aus. Aber der hat auch unendlich viel HP. Hm. ich bin ich weiß nicht genau was sie machen also ich weiß was sie machen aber ich weiß nicht was es sein soll auf jeden fall irgendwann explodieren die und schießen auf die Karte auf mich und das kann ich nur überhaupt nicht glaube ich besiegt gehen ja ich besiegt gehen positives denken ja ich besiegt gehen ja fünf herzen von sechs sechs herzen von sieben und jetzt kann ich hier noch gegen so ein extra boss kämpfen will ich das machen ich weiß es nicht ich weiß es nicht will ich das machen ja achte ich muss nicht mal kämpfen ich kann mich da eins von diesen items aussuchen ähm hm ich schaue ganz kurz nach was sie mir bringen nein will ich nicht äh äh katze und brief ganz kurz nachschauen weil das wäre jetzt echt blöd wenn ich hier bei diesen guten items irgendwas falsches nehme ähm na wohin geh ich denn da google äh äh the binding of isaac wiki na eben items jetzt kann ich hier erstmal ordentlich runter scrollen ich habe keine ahnung wo ich das finde äh wie komische gräusche guppi ok ok das nehme ich auf jeden fall nicht die katze nehme ich nicht die setzt meine hp auf eins dafür habe ich dann irgendwie neun Leben aber da habe ich kein interesse dann wirds wohl der brief die auf jeden Fall der so was ist mit der qualität los so also ich nehme auf jeden fall den brief Ach, ich pisse den Teufel an. Oder wer auch immer das sein soll. Na also. Das war doch jetzt auf jeden Fall ein super Item. So weit bin ich noch nie gekommen. Die Tiefen 1. Boah. Aber ich sehe jetzt voll aggro aus. Und ich habe hier vor allem richtig... ...feuergeschwindigkeit. Drei, äh, Angriff. Distanz, äh, nicht so weit. Und Geschwindigkeit auch nicht so weit. Aber auf jeden Fall, ich bin weiter gekommen als jemals zuvor. Yo, yo, was sind das denn für Gegner? Oh ja, super. Na, ganz toll. Ich glaube, ich habe keine HP verloren. Oder? Doch. Doch, ich muss HP verloren haben. Boah, schon wieder überall sind jetzt nur noch diese Viecher oder was? Ey, was ist denn da los? Das muss ja nicht gerade sein. Also jetzt könnte ich echt ein bisschen mehr Range gebrauchen. Na, hallo, kann der jetzt mal... Na, also. Ein halbes Herz bringt mir nichts. Uh, was sind das für... Was sind das für Gegner? Oh nein, warum treffe ich ihn nicht? Hallo? Finde ich ja mehr als merkwürdig, dass ich diese... Typen nicht treffe. Das hat mich selbst getroffen. Ganz toll. So. Den letzten... Ach, ich treffe nur sein Gehirn. Kann das sein? Ich treffe sie nur von hinten. Von vorne treffe ich die nicht. Ne. Na wie gesagt, ich bin noch nie so weit gekommen. Deswegen habe ich keine Ahnung. The Tower. Was ist denn? Oh, ja genau, genau, genau. Ganz tolle Karte. Na gut, fünf Herzen. Ein Schlüssel für ein halbes Herz. Ne, ich kann es ja eh nicht nehmen. Jetzt habe ich keine Bombe mehr. Schade. Jetzt könnte ich eine Bombe echt gebrauchen. Na gut. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist ein epische Denken, was das ist. Na ja. Die Gegner, die heben dieser eine Boss nur in klein. Komm. Immer schon ausweichen. Und Schaden machen. immer aus der Schussbahn rausbleiben. So, kenne ich sie eigentlich, ja warum? Ich bin seit dem Schaden. Sie können sich eigentlich gegenseitig schaden. Ja, ich bin seit dem Schaden. So. Ja, gut, mit dem Schlüssel kann ich auch nichts anfangen. Ja, ich gehe nochmal oben ein bisschen lang, aber ich versuche jetzt eigentlich mal ein bisschen mich zu beeilen, weil ich Angst habe, dass ich jetzt eher noch HP verliere, als irgendwie Vorteile kriege. Weil die hier teilweise dann doch schon relativ gut sind, die Gegner. Und wie gesagt, ich war halt noch nie so weit und ich will es jetzt nicht schon wieder sofort verkacken. Oh nein, diese Gehirngegner schon wieder. Und ich habe nicht mal mehr Bomben. Aber dafür, dass sie so ein riesiges Gehirn haben, oder beziehungsweise ihr ganzer Hinterkopf aus dem Gehirn besteht, dann laufen sie aber ganz schön... Oh, Mann. Na gut, sie sind gar nicht so hirnlos. Sie schaffen es immerhin noch, mich zu treffen. So, also, weiter. Was ist das? Hä? Was ist das? Was ist das? Hallo? Oh, hallo? Hallo? Ja, ganz toll. Was mache ich jetzt mit denen? Gar nichts. Muss ich nicht verstehen, jetzt habe ich noch anderthalb Herzen, na, das ist ja ganz toll. Was machen die jetzt? Die schießen doch, oder? Ja. Ja, 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 klar, genau. Ich komme auch bis zu ihm. So. Eine Bombe und einen Schlüssel, aber ich bräuchte jetzt echt mal HP. Das wäre mir gerade ein bisschen wichtiger. Ja. Ja, ja, ganz toll. Ein halbes Herz. Oh, das wird schwer, diesen Raum zu überleben, mit diesen ganzen kleinen Fliegen, die von überall ankommen. Ich muss jetzt nehmen mit der Hoffnung, dass es eine volle HP-Pille ist. Oh. Was ist das? Was ist das? Na, ganz toll. Vor allem, warum werden diese... Oh, okay, jetzt sterbe ich. 100... Na klar. Na gut. Schade. Also, ich habe es nicht bis zum Ende geschafft. Nein, das wollte ich nicht. Hauptmenü. Ja, ich will, dass du stirbst. Ähm, ja, also man sieht jetzt hier, ich habe schon ein paar Sachen gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt selber auch nicht so genau, was das ist. Ja, also zumindest nicht bei allem. Ja, ich hätte dieses Buch nehmen sollen. Ich habe es voll verpeilt, dieses Buch mal öfters zu benutzen. Das rechargt sich ja dauernd wieder. Ja, also ich habe 15 Items bekommen, bin 4 mal gestorben. 6 von 47 Secrets. Achso, das sind diese, aber was die mir bringen, habe ich jetzt noch nicht verstanden. Na gut. Ähm. Ja, dann wird es jetzt kein komplettes, äh, Let's Play bis zum Ende halt. Aber, äh, ich habe auch nicht so die Zuversicht, dass ich es jemals, äh, bis zum Ende schaffen würde. Dann ist es jetzt doch nur ein Let's Show, ein bisschen längeres Let's Show. Ähm. Ja. Weiß jetzt nicht, wahrscheinlich habe ich es jetzt in zwei Parts gemacht, weil in einem das wäre jetzt wahrscheinlich doch zu lang. Und, ja, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Let's Play, Let's Show, Let's Competition, was auch immer wieder. Ja, ansonsten, ich empfehle euch auf jeden Fall, schaut mal bei mir bei, äh, The Ballad of Gay Tony rein. Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und, ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.